Und dann Moinzen zu einem Video, in dem es um zwei neue offizielle Dinge geht. Ein interessantes und irgendwo auch cooles und eine Info, die ja ein Ticken trauriger ist, würde ich fast sagen. Auf irgendeine Art und Weise. Nummer 1 wurde angekündigt. Nun war es soweit. Und diese Woche sollten die Spieltage 1 bis 7 der Bundesliga zeitgenau angesetzt werden. Ist heute passiert. Um halb zwölf kam natürlich vom VfB dazu. Und muss sagen, wir können, glaube ich, wirklich sehr, sehr zufrieden sein mit der Ansetzung. Fünfmal samstags, zweimal sonntags. Wir gehen das Ding durch. Natürlich, Nummer 1, was wir auch noch im Kopf haben. Dynamo Dresden. Das ist das erste Pflichtspiel. Ist ja auch schon terminiert worden. 29.07. Freitagabend um 18 Uhr in Dresden eben. Und dann geht's los. Unser erstes Spiel, was wir haben werden, ist ein Sonntag. Sonntag, 15.30 Uhr. Heimspiel gegen Leipzig. Erster Spieltag, 7.8 Uhr. Heißt auch Karawade und so weiter. Was ja so ums erste Spiel drumherr passiert, wird an einem Sonntag stattfinden. Aber immerhin, ja, der 15.30 Uhr Anpfiff und nicht der 17.30 Uhr Anpfiff. Immerhin das. Und danach, zweiter Spieltag, 13.08 Uhr, ein Samstag, geht's nach Bremen. 15.30 Uhr, 20.08 Uhr, eine Woche später am Samstag. Heimspiel gegen Freiburg am dritten Spieltag. Und dann haben wir das zweite Sonntagsspiel, nämlich am 28.08. vierter Bundesligaspieltag auswärts in Köln. Und natürlich hier auch noch die Info. Für alle Auswärtsspiele gilt die. Ich weiß nicht, ob die jetzt für Köln oder Bremen da groß relevant ist oder auch für Dresden natürlich noch. Aber wir sind ja noch im Zeitraum hier bis eben zum 28.08. danach sind wir beim September. Aber der Zeitraum davor, 9-Euro-Ticket. Man könnte theoretisch zu diesen Auswärtsspielen mit, ja, mit 9-Euro-Ticket fahren, mit Regios fahren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei Köln, Bremen, Dresden, ob sich das da groß anbietet, rein zeitlich. Aber wären zumindest preiswerte Angebote für diese Auswärtsfahrten. Danach sind wir im September, da gilt das Ticket nicht mehr und machen weiter. Dritter, 9. Samstag auch wieder Heimspiel gegen Schalke, was extrem, extrem wichtig werden könnte, wenn der, ja, die vorherigen fünf Spiele und eben auch die ersten vier Bundesligaspiele vor allem vielleicht nicht 100% perfekt laufen, wird dieses Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke extrem wichtig werden. Zwei Spiele haben wir danach noch, die schon terminiert worden sind. Sechster Spieltag, wieder Samstag, 10.9. auswärts in München, 15.30 Uhr und Samstag, 17.9., eine Woche später. Siebter Spieltag, das letzte bisher zeitgenau angesetzte Spiel zu Hause gegen Frankfurt um 15.30 Uhr. So, jetzt zum eher traurigeren Teil. Wir hatten die Gerüchte gehört. Wir haben sie auch, ich glaube, angesprochen, die Gerüchte irgendwo. Auf jeden Fall, ich glaube, auch in den Insta-Sorys und so weiter gab es, wie gesagt, ich sage es immer wieder, aber folgt mir gerne da, weil da kriegt ihr die Aktionen, die ganzen News und so weiter viel, viel schneller und viel aktueller natürlich in der Story einfach, per Screenshot oder sowas. Ja, Bochum baggert nach Sky-Infos an VfB-Profi Philipp Förster. Die Meldung kam am 20.06. mittags. Die Rede ist da von 500.000 Euro bis einer Million Euro. Und nun ist es offiziell. Nun, am heutigen Freitag, 1.07.2022, ist es offiziell. Philipp Förster, unser Kanal Goat, wechselt zum VfL Bochum. Wurde offiziell verkündigt. Wie gesagt, Vertrag hat er noch bis 2023, hätte er Vertrag gehabt bei uns. Deswegen, gut, aktueller Marktwert, zweieinhalb Millionen, aber dadurch ist halt natürlich die Ablöse nicht mehr so hoch. Lass es jetzt die 500.000 sein, lass es jetzt eine Million sein. Wir kriegen eine Ablöse natürlich nicht viel. Viel wichtiger, wie gesagt, Förster wechselt zu unserem auch durchaus sehr wahrscheinlich mit Abstiegskampf Konkurrenten zum VfL Bochum. Verstärkt den VfL Bochum. Bei uns kann ich es sportlich irgendwo nachvollziehen. Ich sehe jetzt Förster nächste Saison nicht unbedingt als ganz klaren Stammspieler. 27 Jahre alt ist der Kollege und wir können mal kurz rekapitulieren quasi, gucken, was er bei uns geleistet hat beim VfB Stuttgart. In 76 Spielen insgesamt hat er acht Tore gemacht und sieben Vorlagen. In der letzten Bundesliga-Saison waren es 20 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage. Und ja, unsere Kanallegende ist weg. Ein trauriger Tag. Wir müssen wahrscheinlich den Förster-Emoji für die Kanalmitglieder auch ändern, weil er ist ja weg so. Aber genau, das sind die beiden Fakten. Terminierungen sind raus und wir verlieren Philipp Förster an den VfL Bochum. Der Transfer ist auch durch. Gerne zu beidem eure Meinung in die Kommentare, was ihr so, ja, an Gedanken habt, was ihr so gerne dazu äußern wollt, zu Terminierungen und eben auch natürlich zum Förster. Ich erwarte mir da schon ein paar feierbare Kommentare, kann ich also ehrlich sein. An alle, die hier neu auf dem Kanal sind, lasst gerne das Abo da. Wir machen die Road to 5K quasi gerade. Bedankt mich hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.